Die Dragonfly 25 Dies hier ist die Dragonfly 25, das kleinste und neueste Modell des dänischen Trimaran-Herstellers. Das Boot hat eine Reihe von interessanten Performance-Features. Es hat die hochvolumigen Seitenschwimmer mit Wave-Piercing-Bug, einen Mittel-Bugsprit und einen drehbaren Kohlefasermast. Das Boot wurde entworfen, um auf einem Rumpf zu segeln. Deshalb sind die Ruder nach außen angewinkelt. Außerdem ist das Ruder im Tiefgang verstellbar und es schlägt nach oben, wenn es gegen ein Hindernis fährt. Auf der Sportversion mit den Rudern an den Außenschwimmern gibt es hier eine Notsteuerungspinne, die bei Bedarf eingesetzt werden kann. Eine weitere Spezialität des Bootes ist das außermittige Schwert. Das mehr Platz in der Kajüte schafft und vom Cockpit aus bedient wird. Mehr über Dragonfly Trimaran auf boats.com